Wir hatten einen 3 zu 1 und damit hättest du eine große Anrunde von Rainbow Six Siege und jedes Mal, wenn ich die anmache in der Hoffnung, dass mein Programm nicht abstürzt, springen wir fucking Zoll an die Map. Ja, immer. Ja, aber übertrieben gesagt. Ja, der hat nur so einen Sniper genommen. Ich geh raus. Ich glaube, das ist die einzige Map, die auch funktioniert bei mir und dass die Aufnahme abbrechen. Einer hat schon Sniper, was soll das einfach nur? Ja, was soll das? Was soll das? Was soll das? Muss ich die Termite nehmen? Was soll das denn? Sledge, wir haben den Sledge, die Asch, die Twitch, den Galatz und den Termite. Sledge, Junge. Sledge, Junge. Slutko, Merwin. Slutko. Großer Bruder. Ich habe übrigens endlich mal wieder seit einer Woche oder so ausgeschlafen. Geduscht. Also ich habe ja heute bis 15 Uhr oder so gepennt. Ja, ich bin halb neun, glaube ich. Und meine Aufnahme hat sich auf Hang-Nice. Ernsthaft? Ja. In der Fensteraufnahme. Falls dich tröstet, ich nehme auf. Geis. Also liegt es zum Glück nicht an der Fakten-Map. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der Map und darum ist es immer... Ja, aber dann müsste... Ja, nee, das würde keinen Sinn machen. Ich glaube, die Map ist schon ausgenommen. Hattet ich schon recht mehr mit. Hast du noch nie. Erstmal jetzt einen Schluck von meiner Fanta Zero trinken. Kauft alle Fanta. Oder andere Produkte der Coca-Cola Company. Nein, wir kriegen dafür leider kein Geld. Pro Venom bekommen wir 100 Euro. Was, wenn wir Coca-Cola Company erzählen? Oder Produkte der Coca-Cola Company, zum Beispiel Cola, Fanta, Sprite, Metz und Metz. Ich habe mir nicht gesagt, nicht aufgepasst, wo sind die denn? Weiß ich nicht. Ich folg dir mal. Also ich bin den Weg in den Schammer gefahren, aber ich bin ehrlich gesagt, weil ich so AFK habe, weil meine Aufnahme in dieser Sekunde abgestürzt ist, dass ich nicht aufgepasst habe, obwohl ich ihn in den Schammer gefahren bin. Die rechts sind sie. Da ist einer. Wow. Es ist rechts in dem Raum einer gewesen. Er ist low, es ist der Rube. Komm schon, wir springen. Oh. Nice. Das sehe ich jetzt vom Ruf, vom E-Mail. Und was ist das, du kannst da durchbrechen, der warnt links von dir. Hier kann ich auch. Ah ja, stimmt, okay, du bist der Termine. Ich bin nicht Termine, Mermel. War mir jetzt gar nicht so bewusst. Ja, tut mir leid. Oh, da ist einer. Warum ist denn der Ruch schon wieder da? Hab ich den nicht gerade getötet? Oder war das der Dog? Das war ein Dog. Das war ein Dog. Du wurdest dann entdeckt. Warum wurde ich... Ich rechne da auch nochmal auf, ey. Warum wurde ich denn entdeckt, Mervin? Da habe ich einen getroffen. Da oben wurde ich entdeckt. Ich würde da nochmal aufbrechen. Na, nein, Mann. Genau da. Da ist bestimmt noch einer drin, irgendwie links oder rechts. Da war die... Da war die... Er guckt dich so die ganze Zeit an. Du nimmst Rook oder so. Ja muss ich ja. Ich bin ja gezwungen fucking Rook zu nehmen. Ich finde den Rook nicht unbedingt schlecht. Mich stört das gar nicht, dass ich nur Kisten oder so hinlege. Was mich immer so nervt ist, dass er nur eine Schrotze hat. Oder eine MP5 oder eine MP90. Nee, ich finde die MP5 nice. Also du musst tatsächlich sagen, dass ich die P90 und die MP50 finde. Und die MP5 auch immer richtig gerne spiel. Und nimm mal schrotz. Du hast dann bei der Schrotze das Problem, wenn die Gegner weiter als 5 Meter weg sind, ist es halt einfach laut. Ich habe eher das Problem bei sowas, dass ich jemand bin, der immer Dinge spielt. Ich spiele fast immer die Waffe. Also wenn ich Verteidiger bin oder so, oder auch Angreifer eigentlich, spiele ich fast immer alles mit Silencer. Mach ich fast immer. Ich spiele voll gerne Sachen mit Silencer. Einfach schön Dinge zu machen halt. Einfach schön halt, du weißt schon. Da war eine Kamera noch. Ich habe zwei kaputt gemacht. Unter anderem die Twitch-Stunde. Ich sehe, dass hier nicht noch eine Kamera ist. Wir sind jetzt vorhin noch. Einer habe ich jetzt gerade kaputt gemacht. Ich sehe jetzt hier auch gerade keiner mehr. Aber jetzt, wenn wir gespottet werden, wissen wir, dass hier noch einer ist. Ich bin um die Ecke gestorben, du siehst es in der Aufnahme, ich bin um die Ecke gestorben. Es ist so lächerlich. Ja, ich habe dir das schon mal erklärt, wie das ist hier bei dir gespielt. Ja, weil es ist wieder so dumm einfach nur. Einer hat auch wieder keine Rüstung, oder? Ich weiß nicht, ich habe es genommen. Wie ich einfach so um, wie ich einfach drei Meter um die Elke-Trop bin. Ich würde nicht was gucken, da ist die Twitch. Ich weiß. Die Tür ist da aber offen, da war auch nur die. Warum wurde ich jede zugemacht, ey? Ja, das ist voll sinnlos bei den Kapkandrierten auch. Weil du musst das Ding ja sowieso aufsprengen. Und dann ist auch das... Du kannst die inzwischen auch anderweitig kaputt machen, wenn du ein Ding schlägst. Ich glaube 10 Ball oder so. Ja, klar. Aber wer macht das? In der Stelle bist du ja schon so oft gehört und gesehen worden, dass du eh nicht da durchkommen wirst. Ja, bei Fenstern. Macht das Sinn? Kann man die eigentlich auch zu machen? Das ist das Problem, ja. Da war die Tür offen. Ja. Da hat sie gepusht in der Sekunde. War ein dummer Move, gebe ich gerne zu. Ich wollte checken, ob man das halt machen kann. Kann man in der Theorie. Kann man in der Theorie. Aber dass man verkackt ist. Heißt, ich hole direkt zwei Leute weg und jetzt steht's einfach eins gegen drei. Das war zu lächerlich. Ich find's komisch, dass ich in dem Wix-Game einfach einen relativ pink habe. Also für Spiel. Und in CSGO einfach die Hölle aus ist, wenn ich spiele. Was ist das denn jetzt, ey? Guck dir das Timing wieder an. Der Typ... Wow. Ja, man muss aber sagen, du hast es gerade in der Wiederholung gesehen, dass du halt durch die Tür durchgeholt hast. Aber trotzdem das Timing, ey. Der Typ guckt halt genau in der Sekunde, wo... wo das Ding ans Ziel ist. Naja. Anim Fuus, ist es dein Ernst. Alles klar, ich weiß nicht. Ich werde die so ohne easy sterben. Danke, da hat er keinen Fuse neben Ash. Guck mal, das ist Sebastian 2016 im Januar geboren. Ich schreib dir nur please, soll das jetzt bitte heißen in dem Sinne? Weiß ich nicht, Ash hat das denn, die Ash. Naja, weil ich ja gesagt habe, ja ich habe ja geschrieben Fuse Fragezeichen, weil ich das halt demnig verhalte. Keine Ahnung, unten sind sie nicht. Da sind natürlich kein Ausgang. Da hat er grad voll den FBs noch gehabt ey. Da sind sie auch nicht in dem komischen Raum. Top schreibt er. Oben schreibt er mehr, oben. Ja, die sind da. Ja. Da hätte er fast wie ein TeamKill gemacht. Ja, da sind sie. Ernst, ich bin in den Jammer gesprungen. Da ist schon Fenster auf. Aha. LP Krieger YouTube. Junge, erstmal gleich gucken. Was denn nur, nur wir sind gut. Hat er da oben durchs Fenster geguckt? Naja. Hm. War ganz dumm gerufen tatsächlich von ihm. Der hat es gerade um die Witz gelegt. Guten Tag, Merwin. Na? Da ist er gestorben. Da ist er eine Leiche. Ich bin leider kein Meter. Ja. Ja. Da läuft einer. Hast du uns zu mir gekommen, Merwin? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt gerade zwölfmal hier drauf geschlagen oder so, bis das Ding kaputt ging. Kommst du zu mir? Ich habe den. Wir sind dran schon. Achso. Nein. Scheiße, Mann. Du musst nicht wo fucking Messer waren. Das ist wieder super. Ja. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob mein Dingentest funktioniert. Mein scheiß Sprachchat-Dingen. Mann, warum ist Messer denn hier auf fucking V einfach nur? Was soll es sonst sein? Er ist ja vollumständlich. Schreibt er easy. Mann. Oh, Mama. 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 Ich schnauze. Nicht ganz so. Das ist dann aber auch immer. Warte. So, dann guckt euch meine krassen Stats an. Sie meins. Wieder hier unten, ey. Ich habe gerade nur spekuliert, aber wieder hier unten. Dann habe ich mir gedacht, dann könnte ich ja wieder meine MP lieber nehmen anstatt die Shotgun, die ich jetzt genommen habe. Die Shotgun ist halt erst so rumlaufen. Die MP ist halt so. Weil mit der MP kann ich hier nicht raus gucken, wie vorhin. Und mal MP jemanden wechseln. Ich mach schon wieder zu, ey. Oh. Wie sein? Hahaha. Hier kommt man schon wieder gar nicht so raus. Ja, hier. Ich mach mal umziehen. Ich mach mal umziehen. Du hast noch eine normale, die du zumachen kannst? Ja. Aber ich bin oben. Okay, jetzt mal. Aufs Handy gucken. Das ist ja eh niemand. Aber wenn ich rede oder so? Hä? Nur. Hallo, hallo, hallo. Alter. Ich stand 1 Meter neben dem Fuse-Ding. Nicht verloren. Der coming. Tschüss. Ich kann ja nicht oben, ey. Ich sehe gar nichts. Da weiß ich nicht. Ich bin cool. Ich bin cool. Du kannst ja nicht suchen. Wer stellt denn eine Claymore da vorne hin, Mervin? Was ist das denn für ein Moob-Scheiß einfach nur? Wie ist die Logik denn einfach? Ey Leute kommt, ich habe jetzt 3 Leute gekillt, ja jetzt... Wo die, wo diese komischen... Dings einfach nur sind, ey. Du hörst mich jetzt nicht ingame, oder? Nee. Einsthaft. Du bist der letzte? Ja wusste ich auch nicht, dachte ich, wir sind noch zu zweit. Aber ich war mir tatsächlich auch schon geduckt dahinter. Wow. Ich dachte wir waren noch zu zweit. Ich bin gestorben. Ja das wusste ich nicht, also ich wusste nicht, dass du mit mir der vorletzte warst. Danke. Kann ich nur Rotze wählen. Da ist eigentlich glaube ich ein junger Weg. Frepland. Ja wir sind in der Ecke, wo ich mich festgestellt habe. Das war mir echt geil, aber das war mir der Mi-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li ja ich bin so geported, nice Nice Hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Was geht? Ja, man hört mich nie in game oder? Es ist einfach alles zu nice Das ist so dumm einfach nur mit diesen Du kannst es in der Mitte von zwei Sätzen, dann sind zwei Gedinges da Ja, ich weiß, ich habe es in die Mitte gesagt Achso, so meinst du das? Genau, zwischen zwei, weil du sonst Also, mache ich es so ein bisschen immer und das funktioniert immer Ich setze immer an eine Wand wo zwei sind, setze ich immer eins in der Mitte Dann funktioniert das normalerweise Nicht? Sorry Naja, können die vielleicht gepatcht haben Hm Was ist denn mit deiner scheiß Drohne hier, Mann? Was sind die fucking Sprechentaste einfach nur? Ich habe jetzt alles mögliche umgestellt, mir Erwin Und bei mir geguckt Und nirgendwo finde ich diese Sprechentaste Warum rushen unsere beiden wieder und sterben, ey Oh, jetzt bist du dritt gegen fünfen Wir haben gerade mal einen von den Gegnern überhaupt nur gesehen, wer es ist Das ist ein Fuse Das ist ein Fuse Das Spiel ist nicht vorbei hier Nein, jetzt stirbst du Das ist ein Fuse Wow, ey Und dieser Raum hat einfach viel zu viele Wände Die man reinforcen musste Das ist so schlecht einfach nur Und du spawnst einfach dreimal hier Wie dumm ist das denn bitte Links vor dem Erwin hinter Ja, das war ein Timing Ja Er ist wirklich genau Als du die umgedreht hast Das ist halt halt Michael, komm Ja, ja Ich hab das Dreiecksymbol Also das rote Symbol Halt nicht im Bildschirm Loll Deswegen musste ich nach links gucken Ja, das ist halt Rotraten nach ihr gewesen Hat ein Gegnern Claimor vor die Tür gelegt Das verstehe ich Warum man sowas als Angreifer hat Allein schon wieder diesem Verteidigenschild Kannst schon wieder nicht sehen Was da hinten ist Ja, das hab ich mich auch schon gefragt Warum das einfach so riesengroß ist Es reicht doch Das ist das Dreieck-Eisen, Mann Man, du erkennst doch gar nicht Wenn jetzt ein Typ steht Dann weißt du das nicht Äh Es reicht doch wie links Einfach nur das Dreiecksymbol 8 Meter Nimm mal, das geht nicht Nimm mal, das geht nicht Jeder Idiot weiß Dass das Gelbe Den nachher essen Ohne die man gespielt hat Verteidigen ist Und das rote Symbol Wenn das rote Symbol In gelb ist Dass das halt ein Infocalls Von der Mate Nein, das geht nicht Nein, das geht nicht Das ist unlogisch Von den Symbolen her Das macht keinen Sinn Kommen wir nicht zum Unrealistischen Scheiß, Jan Ey, versuchst du ihn Da war so ne Nein, das ist nicht Fucking Call of Duty Wo man beim Messern 50 Meter nach vorne springt, ey Wenn du versuchst Was ist das denn einfach nur Leckt einfach wie Scheiße Ich habe einfach 10, 3 Wir haben so einen Pisser mit 0, 3 und 2, 3 Und die können alle nichts Danke, dass du mich nicht dazu nimmst 3, 5 Ja Rudolf immerhin Ist nicht 0 Das stimmt Das stimmt Das wars mit der Aufnahme Machts gut